Hallöchen! Ich hab äh... Aua! Neulich war hier ein Kind auf der Straße. Punkt. Was sich laut über die ganze Straße verabschiedete mit... Hier machen wir uns mal ein bisschen leiser. Äh, tschüssi Kowski und auf nimmer Wiedersehen! Wie alt waren das Kind? Geil! Wie alt waren das nicht? 10 oder 11 oder so? 34. Ich dachte auch, gute Abschiedsformel. Und damit Tschüssi Kowski und willkommen zu Für Nüsse. Wäre das schon gedacht, vielleicht nicht so cool, wenn ich das sage. Was? Was? Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite bei dem Für Nüsse Marathon. Heute am 3. November 83. Ich weiß nicht, wenn das ausgestrahlt wird. Ausgestrahlt? Am 3. November 83, ja. Sagt man das nicht bei... Bei Strahlenverletzungen, ja. Ja. Röntgen war der erste Nobelpreisträger in Physik. Äh, wer? Karl-Otto Röntgen? Röntgen, ja. Ah. Für seine total... Und was war Nobels Erfindung? Dynamit oder... Dynamit. Ja. Habe ich gerade irgendwie in so einem Quiz gesehen. Ich habe es in einem Podcast gehört, wo es um verschiedene Themen geht. Und diesmal war das Thema der Nobelpreis. Skurril. Also die ganzen Geschichten rund um den Nobelpreis. Mehrere deutsche Wissenschaftler haben von Hitler ein Verbot bekommen, den Nobelpreis anzunehmen und durften den Nobelpreis nicht annehmen. Nach dem Krieg haben sie sich ihre Medaillen abholen dürfen, aber das Preisgeld haben sie nicht ausgezahlt bekommen. Das Preisgeld setzt sich immer zusammen aus dem angelegten alten Vermögen von Alfred Nobel. Mhm. Echt? Ja. Das ist ja lustig. Ja. Der hat 330 Millionen damals zurückgelassen und seinen Angehörigen nichts davon ausgezahlt. Alles ging in die Nobelpreisstiftung. Seine ganze Familie bestand nur aus Leuten, die Waffen und Sprengstoff verkauft haben. Nachdem er es erfunden hatte? Nein, nein. Davor. Davor schon. Oh Gott, sie haben es zuerst erfunden. Nee, das würde ja ein bisschen schwierig sein. Die wurden reich, indem sie Waffen an die Zarenarmee verkauft haben. Dann als der Krieg vorbei war, waren sie bankrott. Nobel hat mehrere Geschwister, also einen Bruder auf jeden Fall, bei einem Experiment in die Luft gejagt. Als er Dynamite ... Davor ging es nämlich, es ging um den Ersatz von Schwarzpulver, was der gängige Sprengstoff war bis dahin. Ja. Und das sollte mit Nitroglycerin ersetzt werden, aber Nitroglycerin, wie wir alle wissen, ist schockempfindlich. Ja, spätestens seit Megalva wissen wir das. Ja, also kein idealer Sprengstoff für den militärischen Einsatz oder für den Einsatz bei irgendwas, wenn du es halt nicht mal ... Festivals, Joggen, onanieren. Du kannst es halt nicht mal transportieren. Also überhaupt schon, es zu Hause zu deinem Onanier-Marathon zu bringen. Aber hat das nicht irgendwie MacGyver mal auf irgendwie so alten Bettfedern oder so was, auf so einen Pickup-Truck geschraubt, um die dann halt ... Ich dachte, irgendwie so was. Ist das hier dein neues Projekt? Hier liegt irgendwie so ein zertretener, alter, ich würde sagen, Ständer vom Kleider, Kleider-Ständer? Das ist geriebener Iltes-Code, ein ganz anderer Fall, Frank. Was ist das? Das ist eine Halterung für einen Kopf. Das ist ein Fuß, oder nicht? Das ist ein Standfuß von irgendwas? Ja, ja, genau. Für einen Kopf. Ach, von einer Puppe oder was? Für den Perückenkopf. Ach so. Kleiner Einblick in seine sexuellen Vorlieben. Naja, und Dortmund brauchte die Muttern heute. Deswegen hat sie die Muttern da rausgeschraubt. Genau, du als Art der Handwerker hast ja nicht 470 Muttern, die du dir leihen könntest. Nee, ich habe keine Muttern zu Hause. What? Du hast Muttern zu Hause? Wofür denn? Ich weiß es nicht. Aber du hast doch eine Werkzeugkiste, Eckernbuch. Es sind keine Muttern drin. Ich habe endlos viele Schrauben, aber alle mit Spitzgewinden. Ich habe metrische Schrauben, selbst schneidende Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, Federscheiben. Ich habe halt alles mit Gewinde. Zahnringe. Äh, mit Schneidenden mit einem spitzenden Gewinde. Aber ich habe keine stumpfen Schrauben mit Muttern. Also keine, die nicht verbaut wären irgendwo. Okay. Das bei dem Band. Da darfst du auch keine metrischen Schrauben rumfliegen. Glaube nicht. Also da müsste ich halt alles nochmal genau durchschauen, aber eigentlich nicht, wenn ich keine Muttern habe. Weil man meist sehr gerne die Schraube mit Unterlegscheibe und Mutter halt irgendwo liegen hat. Also ich habe halt welche in der Klimmzugstange, in der Halterung, im Band, im Fernsehen. Ja, das ist ja blöd, wenn die rausschaut. Genau, aber ja. Auf jeden Fall, aber das ist die Sache. Alfred Nobel, das wir in der Mieterfunden und damit, ne, herzlich willkommen. Ja, und du trinkst jetzt gerade Kaffee mit Co- und Hörer. Ja. Ich kann aber sagen, noch ein interessanter, interessanter Nebenfakt, der auch da verkauft wurde als, ähm. Ein Nebenfakt? Ja, in welchem Land wird der Friedensnobelpreis ausgegeben, Dirk? Ich würde sagen, ich, ähm, Belgien. Also der Nobelpreis wird generell in Schweden ausgegeben. Ah, siehst du? Ja, aber der Friedensnobelpreis in Norwegen. Ach Mensch, die Skandinavier. Die Norweger. Die Norsemen. Ja. Warum, äh, warum dürfen die Dänen nicht mitmachen? Das ist, äh, alles ein schwedischer Preis, aber zu Alfred-Nobels-Zeiten waren Schweden und Norwegen ein Land. Ah, wie du hast gelernt. Ne? Wann hat der gelebt? Ende des 19. Jahrhunderts. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ich kann es auch nicht genau, das hier nicht mit Daten so schlecht, aber das mit Schweden-Norwegen wusste ich, auch gegen den Willen der Norweger. Das war so ein bisschen wie Österreich-Ungarn. Das Österreich-Ungarn des Nordens. Hm. Ja, ja, ja. Ja, das ist ja, ist ja Wahnsinn. Ja, wie hat sich jetzt dein Kohlensäureverhalten zu Hause? Hast du es öfter mal, hast du dich öfter ertappt, nachts zu naschen? Es sind ja nur zwei Tage. Quatsch, erzähl doch nicht. Bisher, weil ich so lange mit dem Öffnen der Verpackung beschäftigt war. Oh, haben sie diese Kindersicherung jetzt verdammt nochmal an Pappe rangeknotet. Drücken und drehen, drücken und drehen, da kommt kein Kind drauf. Das ist ja die gängige Medikamentenverpackung oder Kinderschutz. Ja. Drücken und drehen, da kriegst du jedes Kind kaputt. Da habe ich als Erwachsener aber auch manchmal Probleme. Du lückst deine Tür an, verdammt. Drücken und drehen, wie soll ich hier reinkommen? Einzige mit einer Saloontür hier in dem Wohnen. Also ich habe es erst einmal benutzt, aber es ist echt... Gerade eben? Ist es gut? Ja. Nee, nein, heute Morgen. Bis ich habe noch nichts getrunken aus dem Glas. Ist echt gut. Das Berliner Leitungswasser und Kohlensäure. Ein Traumpaar. Ja, wir haben halt das Beste. Ja. Also das meist kontrollierteste Lebensmittel. Und das kalkhaltigste. Naja, da hast du halt... Ordentlich Kalzium. Und Magnesium, ja. Leuchten die Zähne. Kann ich mir... Ich muss mir die Hände beim Klettern gar nicht kreiden. Ich kann sie einfach mit Leitungswasser abwaschen. Ja. Oder vielleicht kannst du sie neckisch über deinen Schweiß reiben, weil mittlerweile vielleicht dünnst du es aus. Lecker, lecker. So nennen sie dich. Route 7. Der ist lecker, lecker. Lecker steht. Sagt dir übrigens TikTok irgendwas? Da hatten wir mal drüber geredet. Du hast dich tierisch drüber aufgeregt über den Scheiß, was die Teenager machen. Ja, du musst mal da rauf gehen. Das ist wirklich ein Albtraum. Ja, aber wie alt. Der Satz ist ja schon hirnrissig. Du musst mal da rauf gehen. Das ist wirklich ein Albtraum. Nur, damit ich... Gar nicht in die App selber. Es gibt einen Twitter-Kanal, der heißt Toxic TikToks. Oder... Nee, Toxic TikToks ist das Handle und der Kanal heißt Cursed TikToks. Ich bin hier bei Twitter. Ja, du kannst den Kanal auch so ansehen. Ich kenne auch keinen, der bei Twitter ist, außer Klaus. Jeder normale Mensch ist bei Twitter. Ja, wie der Präsident, der normalste Mensch der Welt. Ja, eben. Und da kannst du dir die kuratierten TikToks ansehen. Aus der Hölle. Was sind denn die kuratierten TikToks? Naja, die suchen sich halt so das Schlimmste vom Schlimmen raus. Aber jetzt mal ganz ehrlich, du brauchst ja nur TikTok bei Instagram oder YouTube oder sowas eingeben und du kriegst auf Andi immer was Schlimmes. Ja. Immer. Ja. Also wirklich... Das ist doch einfach nur eine Dab... Quatsch, eine Dab-App, oder? Das ist doch einfach nur Musik-Synchro. Nein, nicht nur. Du kannst auch sowas. Also du musst es nicht. Es ist nicht... Dab-Smash ist da mit drin. Die haben tatsächlich auch interessante Video-Übergangs-Filter. Also du kannst damit echt schöne Übergänge schneiden. Ja, ich meine, was du auf dem Handy ja sonst nicht kannst. Die hatten doch mal irgendwie den größten Zuwachs von App-Scheiße überhaupt, oder? Ja, die ganzen Kids sind auf TikTok. Wenn du als Unternehmen dich an junge, leicht zu manipulierende, heranwachsende wenden willst, dann musst du deine Influencer auf TikTok positionieren. Ja, ich meine, also... Also unsere Influencer machen da auch... Auch bekannt als Doujong, Douyin, 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 Douyin. Was? Naja, TikTok ist ja chinesisch und scheiß original als Douyin. Ah, super. Ist auch noch nur chinesisch. Ja, großartig. Videoportal für Lippensynchronisation von Musik, wie das halt schon gesagt. Guck mal rein. Das wird nicht nur dafür verwendet. Naja, aber das ist halt das, wie es offiziell beschrieben ist. In anderen kurzen Videoclips, die zusätzliche Funktionen eines sozialen Netwerks anbieten. Es ist wie Wein, falls ihr das noch was sagt. Das war mal ganz unterhaltsam. Sechs-Sekunden-Videos. Achso, ich kenne nur Wein für... Griechischer? Äh, nein. Äh, was für ein Betriebssystem höre ich drauf? Auf meinem Rechner? Ubuntu? Genau. Und Wein ist halt diese Modellation, dass du halt Windows-basierte Programme halt auch laufen lassen kannst. Ah. Ah, stimmt, das gab es auch mal für Mac. Achso, das ist wahrscheinlich Wine generell. Für Mac, ja, Windows-Emulator. Ähm, Rob. Ja, auf jeden Fall. Also, Wein gab es auch aus Social-Media-App, wo du sechs Sekunden-Videos machen konntest. Da gab es tatsächlich ein paar ganz lustige Kanäle damals. Die App ist pleite gegangen und TikTok ist wie der betrunkene Zombie davon. Naja, wahrscheinlich ist TikTok so der Fahrradverleih für alle Milliardäre oder so. Ich weiß nicht. Es ist... Muss man irgendwelche Daten angeben? Bestimmt, oder? Unbesch... Ich bin ziemlich sicher, wenn es eine chinesische App ist. Alles. Aber es ist unbeschreiblich, was Leute da posten. Sing doch mal, was deine Eltern jeden Tag so machen. Das ist... Das kannst du nicht ausdenken. Aber kommst du jetzt gerade mit dem Thema darauf, weil da deine Frage hinmünzt? Nee. Oder ist es einfach... Ich weiß auch nicht, wie ich darauf gerade komme. Okay, ich dachte jetzt so, Gott, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Aber meine Frage ist auch trotzdem, tagesaktuell gerade. Echt? Also, ähm, ja, ja. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber im Kino läuft ja gerade der neue König der Löwen. Disney's Lion King 2019. Naja, wer hat schon das Original gesehen? Aladdin. Hast du das Original gesehen? Nee, habe ich tatsächlich nicht. Aber Aladdin habe ich damals im Original gesehen. Ich bin ja auch kein... Du bist ja so ein Disney-Fan. Ja, aber... Ich mag die alten Disneys, die du auch magst. Robin Hood. Dumbo. Die, die noch rassistisch waren. Dumbo ist... Dumbo ist auch ein Live-Action-Film dieses Jahr. Doch, mittlerweile ist es schon rausgekommen, oder? Ja, genau. Aladdin dieses Jahr rausgekommen. Letztes Jahr war es, glaube ich, die Schöne und das Bies. Ich habe gerade gedacht. Aladdin? Hast du so ein bisschen die... Aladdin, ja. Ich habe die wunde Schlampe nachgemacht. Mit... Was die deutschen Pornotitel zu verbinden? Mit Will Smith als Genie. Ja, ja, ich habe den Trailer schon gesehen. In der Rolle von Robin Williams. Hat alles rausgeholt aus seiner... Ja. Punkt. Ja. Er macht auch so die klassischen Will Smith-Sachen wie... Und rappt am Ende. Also er rappt den Titelsong. Now this is a story. Aladdin. Genau, was Will Smith halt schon lange nicht mehr gemacht hat. Ich glaube, das letzte war Man in Black 2. Wo er den Titelsong gerappt hat. Ah, stimmt. Here comes a man in black. Das ist der erste. Echt? Aber hat er da nicht auch? Der zweite ist Black Suits Coming. Aber er hat doch im ersten halt auch gedanst. Ja, genau. Aber der chronologisch letzte. Der chronologisch letzte davor war halt Man in Black 2. War das mal auch mit Tommy Lee Jones? Ja. Aber jetzt gibt es doch schon den... Dritte, glaube ich, auch. Ja, Man in Black International mit Chris Hemsworth. War das erst der dritte? Nein, der vierte. Man in Black 3 war mit Josh. Aber da war Will auch nicht mehr dabei? Doch. Doch. Ja, ja, ja. Und Tommy Lee Jones doch auch, oder nicht? Ich weiß nicht, ob Tommy Lee Jones nicht... Hat er den echt wiedergeholt, als der halt irgendwie sein Gedächtnis bewusst sich erosieren ließ? Ich glaube, das war der zweite. Ich glaube, im dritten Teil war es... Josh, mir fällt gerade seinen Nachnamen nicht ein, der Thanos gespielt hat bei den Avengers. War das mit dem redenden Hund? Die spielt ja nicht in allen mit. Nee, der ist mindestens erst ab dem zweiten dabei. Naja, auf jeden Fall... Und der Typ ist doch gestorben, oder? Der Chef von denen. Ja. Agent K oder sowas. Ja, ja, ja. Warte. Der Schauspieler. Rip Torn. Der war doch ein Brito, oder? Oder war das ein... Ich dachte, wäre ein britischer Schauspieler gewesen. Ich glaube, Australier. Ja, Rip Torn, Australier. Natalie Imbrugias Popsong Torn. Das war ihm gewidmet. Egal. Unsere Zuhörer haben das vielleicht gemerkt. Jedenfalls. Das war's in den 90ern, ne? Was? Torn? Ja. Ja. Ich versuche mich gerade zu erinnern. Ja, ja, ja. Aber ich... Wenn Disney die ganzen Zeichentrickfilme von Anno Dazumal remaked, welche Zeichentrickserien würden wir denn als Live-Action-Film remaken? Nur Disney, oder? Nein, nein. Vollkommene Freiheit. Die dürfen nur nicht schon ein Remake haben. Ah, ja, das ist ja schwierig. Wir besetzen das auch und wir nehmen den Regisseur mit. Also, Turtles zum Beispiel fällt aus. Ja, habe ich kurz gedacht, aber stimmt. Turtles hat von... Oder Superman, Batman, Spider-Man. Zeichensferien, sondern Comics im Ursprung. Ja, das ist ja für mich in meinem Kinderhirn alles gleich. Ja, dafür bin ich ja da, um dann kurz mal zu sagen. Aber was hast du denn damit... Wie wäre es mit einer Live-Action-Version von BoJack Horseman? Mit einem echten Pferd. Ach stimmt, ist ja auch aktuell. Oh, das wird schwierig, oder? Ich kann aber ganz kurz, bevor wir drüber reden, auf Amazon Prime kommt ab, September oder Oktober, glaube ich, eine Animationsserie von den Machern von BoJack Horseman. Okay. Die aber echte Schauspieler hat, über die drüber animiert wurde. Die heißt Undone. Du musst dir den Trailer mal ansehen. Das sieht spektakulär aus. Come und done. Ist das nicht irgendwie ein Lied gewesen von Robbie Williams? Ja, ziemlich sicher, ja. Genau. So. So viel dazu, ja. Also was haben wir denn? Also Turtles, wie gesagt, fällt aus. Gibt es schon einen Live-Action-Remake von Popeye? Gibt es schon einen Live-Action-Film mit Robin Williams? Robin. Der ganz furchtbar ist. Würde ich vielleicht auch viel leicht setzen. Der ist schon so alt. Ich fand die, Olivia Jones war doch auch die aus Shining, ne? Die es gespielt hat. Oh Gott, ja. Ja. Und die fand ich halt einfach gut besetzt, weil die halt einfach eine lebende Olivia Jones ist. Ja. Also die war ja in Shining schon eigentlich Olivia Jones. Olivia Jones heißt sie auf Deutsch. Heißt sie nicht so? Olive Oil heißt sie. Ach Quatsch, Olivia Jones. Olivia Jones ist doch eine eigene Figur in irgendeiner Serie, oder? Ja, ich weiß es nicht. Also ich weiß, dass sie Olivia heißt im Deutschen, aber ich wusste ihr nachnamlich. Im Englischen weiß ich sie heißt, also weil ich es mir einfach einprächsamer gemerkt habe, heißt sie Olive Oil. Okay. Willst du diesen Spinat-Fun-Fact nochmal raushauen? Ich glaube, du hast es noch nicht so oft gesagt. Spinat um die Eichel gerieben macht den Penis grün. Ja, muss man die vor zurückschieben? Ja, aber Spinat wird von den Russen als Dopingmittel eingesetzt. So. Aber nur von den Russen. Ja. Fritz ist es jeden Tag, weil er es will. Von dem Russen. Ne, wie war denn das? Das war doch irgendwas ganz komisches. Das war mit Spinat. Du konntest dich mit Spinat, kannst du den Muskelaufbau irgendwie befördern, wenn du das in ungesunden Mengen zu dir nimmst. Das war neulich erst so ein Skandälchen. In der Keta-Diät. Keto. Keti? Irgendwie so, ja. Keto, glaube ich. Ja. Haben die Buff-Dudes jetzt 45 Tage durchgezogen. Die dürfen am Tag 5% nur Kohlenhydrate reinpumpen. Was ungefähr ein kleiner Cookie ist. Ich meine, das war so das Schwerste. Ja, wollte ich gerade sagen, die essen doch sonst ein Rind am Tag. Und sie meinen halt, es gibt ja das sogenannte im Training, was total gehypt ist, gerade im Muskelaufbau, das sogenannte Oma, One Meal a Day. Und dachte ich so, Alter, was soll der Scheiß? Er meinte halt auch vom Leben, du hast ein kleines Workout vor dem Frühstück und dann hast du dieses monsterlange, große Frühstück. Ich denke, das ist ein normales Frühstück für mich, von der Zeit und vom Aufwand. Und dann hast du relativ schnell danach ein anderes Kraft-Workout noch und später so ein bisschen Cardio und da muss ich halt ablenken, weil du dann spätestens halt nachmittags Mörderhunger kriegst. Das klingt so ein bisschen nach Chris Harrier, der auch meinte, nee, ich esse 20 Stunden vor dem Training nichts, weil dann verbrenne ich Fett. Das ist doch auch, ja genau. Ja, danke Chris Harrier. 16 hat er erwähnt. Doktor der Nahrungswissenschaften. Ja, der seinen kleinen Sohn halt schon dazu bringt, irgendwie komplett kohlenhydratefrei zu frühstücken. Und der Junge, es sieht aus, als ob er keinen Sturm überleben würde. Ja, aber wir schweifen ab, ganz brutal. Naja, aber vielleicht BoJack, okay, es geht darum, dass man natürlich auch zeigt, wie weit man ist mit der Animationstechnologie, sag ich jetzt mal, ganz leidenhaft, dass man zeigt, wie wundervoll es doch wäre. Das Bizarre ist ja, dass bei BoJack Horseman die Tiere, die auftauchen, ja aber nicht die Physis quasi vom Tier haben. Also die ganzen Hunde und Katzen gehen ja aufrecht, als auch BoJack und das ist ja auch ganz klar, auch da definiert, nicht als Pferd oder als Mensch, sondern als Horseman, ne, also halt Pferd, halt Mensch. Und das, glaube ich, animiert, das wäre eine ziemlich gruselige, also dieser ganze Witz, wäre erstmal sehr spät, würde einsetzen, weil wir, glaube ich, irgendwie erstmal 10, 20 Minuten im Film oder in der Serie bräuchten, um zu akzeptieren, dass das so real ist, dass da ein Mensch mit einem Pferdekopf ist oder so. Hast du mal was aus dem neuen König der Löwen gesehen? Ich habe immer nur mal so ein Foto oder so drei Sekunden gesehen und dass sie dann damit geworben haben, ist alles fake, ist alles fake, der ist nicht echt und dann so weit sind wir und das, ja, aber ist das dann spannend? Das Krasse ist nämlich, die Tiere haben keinen Gesichtsausdruck, weil die halt realistische Tiere sind und die haben sich halt dafür entschieden, dass die Tiere keine menschliche Mimik haben. Ich schätze mal, die hatten auch welche und alle dachten so, wow, spooky. Ja, ich glaube, so ein bisschen cartoonhaft, da hätte es wahrscheinlich besser funktioniert. Wenn du jetzt mal einen Trailer oder so siehst, das sieht einfach nur unheimlich aus. Nee, ich meine, aber meinst du nicht, dass es auch andersrum schrecklich wäre, wenn du sagst, du hast realistische Tiergesichter, die plötzlich menschlich ... Es gibt den Dschungelbuchfilm von Andy Serkis, dem Gollum und da haben sie so einen Mittelweg gefunden, also die Tiere haben noch expressive Gesichter. Nee, aber das wurde mal als Vergleich herangezogen. Die Tiere haben ja noch expressive Gesichter, was es halt leichter macht, ihnen als Charakteren zu folgen, weil so ist es halt super schwierig, die als Rollen wahrzunehmen, die Tiere, weil halt alle, auch Simba, der gute Löwenprinz, guckt halt immer wie ein Löwe und so, als ob er sich gleich auf die anderen Tiere stürzt. Nee, im Endeffekt ist es ja dann auch so ein anthroposophisches Theater, wo die Gesichter halt ausdruckslos sind und sie halt alles nur ertanzen, bloß in dem Moment quasi mit einer normalen tierischen Physis spielen. Vielleicht sollte daneben jemand mit einer Flöte stehen und pfeifen und somit dann halt auch mal so ein bisschen ... und ein bisschen so die Emotionen halt kurz einspielen. Hier ist jemand grimmig. Hier ist jemand fröhlich. Dann weiß man es. Aber ich meine, das Bescheuerte ist doch, dass die Stimmen doch emotional sind. Die Stimmen sind ja nicht aufs Gesicht bezogen. Ich habe es ja nicht gesehen, aber ich habe in einer Review dazu gehört, die Stimmen sind wohl auch so ein bisschen restrained. Dass die Schauspieler sich alle ein bisschen zurückgehalten haben. Damit es nicht zu bizarr wird. Genau, die Theorie ist halt, dass wenn die Animation das nicht unterstützt, kann die Stimme halt nicht total drüber und cartoonartig sein. Aber somit sind doch alle Figuren klingen und wirken nachher. relativ schnell auf den Zuschauer so psychomäßig. Ja. Ich bin froh, dass du wieder hier bist. Du bist mein Sohn. Das ist richtig im Uncanny. Dad, ich auch, denn du bist mein Vater. Uncanny Valley, ja. Und dann sollen kleine Kinder sagen, wow, ich habe gesehen, wie Tiere reden. Das ist scheiße. Da wünschst du dir auf jeden Fall die Zeiten von Mr. Ed zurück. Ja, a horse is a horse, of course a horse. And nobody can talk to a horse. Ich dachte, du übernimmst jetzt, weil du mich so angeschaut hast. Und no one can talk to a horse, of course that is, of course, unless the horse is the famous Mr. Ed. I am Mr. Ed. Tolles Hitcom der 50er, wo die Frau noch den ganzen Tag am Herd verbringt und einkaufen geht. Ja, das ist der Part, der dann, also die müssten, glaube ich, relativ viel schneiden, damit man das so heute als allgemeinen Klamauk verkaufen kann. Aber gut, da kannst du auch schon deutsche Serien der 80er nehmen und denken, oh, ach du Scheiße. Ach du Scheiße, mein lieber Lottie. Lottie, der allgemeine Ausdruck hier in Friedrichshain. Wir kommen nicht weiter als Mr. Horse, äh, Bojack meine ich. Deswegen weiß ich halt gar nicht, ob Bojack Horse, das war ja nur so kurz eingeworfen, so eine gute Idee wäre. Och, ich finde das ganz cool, wenn man so eine Menschvögel hätte, die einfach mal gegen die Scheibe klatschen, so als Übergang zur nächsten Zeit. Ja, ich kann mir das ganz gut vorstellen, als aus dem Nichts heraus eine Episode der Folge. Ohne Kommentar, ohne dass je wieder darauf eingegangen wird. Die haben doch auch Menschen, es gibt ja auch normale, also richtige, aber es gibt kein reines Tier, oder? Es gibt immer nur Menschtiere oder gibt es auch reine Tiere? Oder klar, es gibt doch am Ende der einen Folge, wo ich weiß, was es ist, bla, fährt halt ein Cadillac doch irgendwo in die Prärie und sieht wilde Pferde. Ja. Ja, und ich war ja bei den Fischen, ich glaube, die Fische sind auch alle relativ klar Fische. Hä, es gibt doch auch diesen Anzug und dann 2D-mäßig guckt ihr Kopf raus. Aber es gibt doch diese, ja, ja, aber es gibt auch diese Folge unter Wasser und ich glaube, da schwimmen auch immer ein paar Fische lang. Okay. Also ja, es scheint auch richtige Tiere zu gehen. Es soll ja auch da so ein bisschen verkauft sein wie so eine Evolution, ne? Also evolutionär bedingt wurden dann Tiere zu Halbtier-Menschwesen. Ich glaube, da darf man nicht zu sehr drüber nachdenken. Wie wäre es denn mit anderer Sache, die auch noch nicht, zumindest noch nicht komplett real verfilmt wurde, Spongebob? Kurzer Funfact noch zu Bojack. Ich habe letztens mitgekriegt, dass die Synchronstimme von Bojack Horseman, also die Deutsche, ist der Sohn von der Deutschen oder von der Benjamin-Blümchen-Stimme und der Deutschen Morgan Freeman-Stimme. Berühmter Elefant tötet wieder. Was war das denn überhaupt? Ich weiß nicht, ob es eine Photoshop-Aktion war oder ob es ein Schreibfehler war in irgendeiner Zeit. Aber was soll das denn dann? Trötet. Achso. Benjamin-Blümchen trötet doch immer. Okay, danke. Also es hieß in der Überschrift mit dem Bild von Benjamin-Blümchen, berühmter Elefant tötet wieder. Es sah aber ein bisschen gefotoshoppt aus. Ja, wahrscheinlich sah das so. Also der Versatz war ein bisschen komisch. Ja, ich meine, da hätten ja mehr als zwei Augenpaare drauf geschaut und irgendwer hätte dann gesagt, warte mal. Ja, das weiß ich nicht, so bei so einer aktuellen Regionalzeitung. Die aktuelle, im aktuellen Sachsen-Spiegel. Benjamin-Blümchen, unser sozialistischer Elefant, ist wieder unterwegs. Ist es nicht ein West-Produkt, Benjamin-Blümchen? Oh Gott, der imperialistische Klassenelefant. So. Was hast du gerade als SpongeBob? Ja, oh. Aber ich meine, du musst es wirklich, also realistischen Seeschwamm, den müsstest du dann ja auch quadratisch kriegen, weil die Kinder ja alle irgendwie den Schwamm aus der Küche damit assoziieren. Oder du nimmst einen Küchenschwamm im realistischen... Ich weiß bei SpongeBob nämlich nicht, ob du es nicht einfach die Rollen durch Menschen ersetzen könntest. Ja. Und zumindest diesen Service... Also rein menschlich. Ja, diesen Service-Teil in der krossen Krabbe, das kannst du auch als Realkomedy mit Menschen spielen. Und lustig, die deutsche Synchronstimme von Mr. Krabs ist halt auch die Benjamin-Blümchen-Stimme und meinte, in irgendeinem Drehbuch hieß es noch, da wurde Mr. Krabs halt irgendwie von irgendwas Gewaltigem bedroht, irgendeinem Monster, Fisch oder so. Und dann mal, ich bin nicht Mr. Krabs, ich bin Benjamin-Blümchen. Das war so der interne Gag bei den Autoren. Und dann, naja. Die Kinder haben es teilweise verstanden und teilweise waren sie voll irritiert. Dann kam erst die Assoziation, wie die Stimme ist mehrfach unterwegs. Naja. Ja, was hast du gerade gesagt? Du willst richtige Menschen spielen? Also du willst... Ja, du hast doch die dritte Staffel Stranger Things gesehen. Ja. Das ist doch auch dieses Eiscreme-Ding, dieser Eiscreme-Laden in der Mall, ist doch mehr oder minder die krosse Krabbe und Robin ist Thaddeus. Ach so, meinst du, dass man das auch so... Ja, aber dann ist es ja nicht mehr dieses, was du als ursprüngliche Frage hattest, oder? Wenn du sagst... Wieso denn? Du kannst es doch... So wie Masters of the Universe ja auch eine sehr freie Umsetzung von He-Man ist. Ja, aber ich würde sagen, das wurde halt... Weil das Original halt auch einfach nur alles Menschen... Quasi die Comicfiguren sind ja alles Menschen. Somit kannst du das ja so gut... Dolph Lundgren hat das wundervoll gemacht. Dolph Lundgren ist auch ansatzweise ein Mensch. Wenn er sich ein bisschen anstrengt, glaubt man ihm den Menschen. Ja. Drago! Ja, auch ein ganz toller Panischer auch, Dolph Lundgren. Ach, stimmt. In einem... Was ist auch Ende der 80er oder so? Irgendwie so. Ja. Geil. Ich würde sagen, der viert oder fünftbeste Panischer. Aber jetzt mal ehrlich, würdest du Spongebob wirklich in... Als so kurze Sketch-Serie. Nur mit so crosser Krabben ausschnitten. Kann ich mir das ehrlich gesagt gut vorstellen. Naja, aber vielleicht wäre es ja auch ganz geil, genauso wie du gesagt hast, dass du halt einfach das komplett als Serie umwandelst, es aber nicht Spongebob nennst und nicht krosse Krabbe und dennoch die ganzen Figuren so. Das heißt, Zuschauer, die damit nichts zu tun haben, oder Lucy und alle anderen denken, geil, das funktioniert voll. Weil es ist so wenig, sagen wir mal, übertrieben Comickhaftes. Genau, dass sie halt einfach so diese Tiere sind, spielt halt fast nie eine Rolle. Ja. Also das ist für den, für so diesen Kernhandlungsbogen mit der krossen Krabbe und den furchtbaren Arbeitsbedingungen mit dem geizigen Chef und so ist eigentlich, ist es vollkommen trivial, ob sie Tintenfische, Seeschwämme und Seesterne sind. Aber dann steht auch die Frage im Raum, welche Serien man verbessern könnte, indem man sie zum Comic adaptieren würde. Aha. So was wie Lindenstraße oder so. Aber wenn das mit so He-Man-Animationen gemacht wäre und alles sind so Muskeltrotze, die im Fitnessstudio wegen ständigen Dianabol-Missbrauchs rausgeworfen wurden. Aber dann erträgst du vielleicht diese schlimmen Dialoge, wenn du dann halt einfach siehst, wie dann halt irgendwie, keine Ahnung, plötzlich vor Wut die Brust fast platzt oder so, dann erträgst du halt so einen Monolog von Hans Beimer. Vielleicht. Und dann ist es halt nicht ein Gespräch im Treppenhaus, sondern auf einem, weiß nicht, im Inneren eines überdimensionalen Drachens oder so. Das kann doch nicht sein, dass die Sarikakis schon wieder das Restaurant schließen, seit drei Wochen. Wo kamen wir denn da hin? Ich hab keine Ahnung. Und währenddessen drückt jemand halt 470 Kilo. Das klingt ja so ein bisschen wie so ein Anime mit so lauter Anime-Superhelden. Ja. Die halt alle die ganze Zeit auch nur schreien. Was? Die schließen schon wieder dieses Restaurant. Und im Hintergrund dieses endlose Geschwindigkeits-Flieb. Sehr gut auch. Besser kann man es nicht machen. Wir haben es alle vor unserem inneren Auge gesehen. Ja, wir synchronisieren ja auch parallel Comics. Dragon Ball The Next Generation. Ja, das habe ich nie gesehen, Dragon Ball. Ich auch nicht. Ich finde das ganz furchtbar. Ich weiß nicht, dass in der Ausbildung damals halt ein Typ dazukam, der war glaube ich fünf Jahre jünger und meinte, was, du kannst Dragon Ball nicht? Und bei denen war das halt... Das kommt hin. Das war nämlich zu meiner Schulzeit, mir auch fünf Jahre jünger, war das halt das große Ding. Immer noch, ja. Also das große Ding Dragon Ball. Ich hasse die Animationen. Ja, da, da. Aber ist das nicht so ein Manga-Ding? Genau, es ist ein Anime basierend auf einem Manga. Wie hieß es nochmal? Was war nochmal die Handballerin, Volleyballerin? Mila Superstar? Mila Superstar, ja. Das zum Beispiel habe ich ein paar Mal gesehen. Und dazu onniert. Das zum Beispiel habe ich ab und zu mal gesehen. Ja. Was ist das, eine rote Decke? Was ist das, eine rote Decke, die auf dem Sofa liegt? Ah, Klaus, verdächtig, ich war es manchmal kalt, er ist ein Mädchen. Der quatscht wieder wie Nick Frost. Yeah, boy! Ähm, ja. Ich habe, äh... Das Sofa noch nicht fertig ist, ich sehe es. Ja, ja, naja, wohin damit mit dem Scheiß? Ich hatte Sitzpeter mal gefragt, ob er zufällig mal mit einem Pick-up hier ist, um Gartenabfälle zu entsorgen. Aber er ist doch immer mal hier, wenn man ihn fragt. Ja, ich weiß, aber... Ich meine, ich habe ihn zu meinem Umzug gefragt und dann kam er. Bums. Weil er sich, glaube ich, freut, dass er halt ein Bierchen hier trinken kann. Dass er gebraucht wird. Naja, ich glaube, in seiner Firma wird er... Ist doch seine Firma mittlerweile, ne? Hätte doch die übernommen. Ähm, ja. Also tatsächlich ein Anime... Wie heißt sie eigentlich? Was? Die Firma? Peter und Baum? Peter und Baum, die Firma, wo Peter sich um Bäume kümmert. Nur bis 11.30 Uhr. Bezahlung gegen Fanta. Ja. Ähm, Peters grüne Welt. Vielleicht sollten wir das als Comic... Das Geile ist eh, Peters Leben könnte man generell als Comic so verfilmen, weil wir überhaupt nichts wissen. Beziehungsweise wir wollen ja... Es gab ja irgendwie lange immer diese Frage und irgendwann denkt man, nee, ist auch gut so. Wie du letztens meintest, vielleicht hat er ein Kind. Es gibt mehrere Kinder, vielleicht von verschiedenen Frauen. So was. Wissen kann man es ja nicht. Ja. Ja, Dragon Ball. Gab es auch als Realfilm? Als Film sieht es noch skurriler aus als die Serie. Also die Serie ist ja auch nur so Geschwindigkeitsgeflirre. Ich kenne das aber alles, deswegen liegt da so voll draußen. Hast du mal Future Man gesehen? Future Man? Future Man ist, also von der Idee her ist glaube ich Sony-Produktion, Einkauf von Prime. Oder auf Prime läuft es. Und die Idee ist ja halt, dass so ein Typ total, also ein bisschen klischeehaft, gelangweilt mit seinem Leben, Hausmeister in so einer Technologie, irgendwas, die, ich glaube, sich um Herpes konzentriert, irgendwie so eine Chemiefirma. Und der spielt voll gerne halt so ein Computerspiel. Und da ist er der Future Man. Und dann werden halt irgendwie diese Figuren zum Leben und er muss die Zukunft retten, indem er in die Vergangenheit ins Jahr 1996 reist und da halt irgendwie, aber es ist halt, also die Idee dachte ich, ja lustig, cool und ich habe versucht reinzukommen, aber es wird immer schlechter, immer schlimmer und nach zehn Minuten muss ich halt ausmachen. Und es ist halt so, boah, so wurstig alles gespielt. Und die Animationen vom Spiel sind halt auch so billig, dass du das Gefühl hast, die haben halt quasi mehr oder weniger diese Szenen gefilmt und dann halt so einen, weiß ich nicht, 16-Bit-Filter draufgelegt, dass es halt aussieht wie ein Computerspiel. Weißt du, so wie auf den, wie auf den ... Dann bin ich ja mal gespannt, was du zu und dann sagst. Weil das auch der Stil ist. Also schwer zu sagen, ob das mit deiner Beschreibung sich jetzt deckt. Es gibt bei, was hast du, glaube ich, nicht gesehen, Love, Death and Robots. Da gibt es eine Folge, die auch so ist. Ich denke, wie ein Porno. Der Porno ist Love, Cox and Robots. Auch so eine Netflix-Anthologie-Serie wie Black Mirror, wo es aber um animierte Sachen geht und die meisten Folgen furchtbar sind. Ist eigentlich ... Damals war es so eine Serie, ne? Super Mario Land oder Super Mario Brothers? Ja. Die Comicserie? Ja. Wurde das mal in real verfilmt? Mit Bob Hoskins und ... Ehrlich? Louis Vuitton. Gia Samo? Wer heißt der denn? Also ein bekannter italienisch-amerikanischer Schauspieler. Ehrlich? Ja, der Film hat aber nichts mit ... Gar nichts mit den Videospielen. Also es ist total skurril. Bowser ist eigentlich nur ein Mensch mit so einer Echsenzunge und er lebt in so einer dystopischen Version von New York. Also es ist einfach nur absolut absurd. Und dann haben sie halt so Stiefel, mit denen sie höher springen können. Das ist total skurril. Die Goombas sind große Männer mit breiten Schultern und einem ganz kleinen Echsenkopf. Das ist ... Es ist wirklich ... Es ist ganz, ganz skurril. Dieser Super Mario Brothers Film von 92 oder so. Klingt so ein bisschen wie das fünfte Element irgendwie vom Stil her. Ja. Das trifft es ganz gut, ja. Ja. Ja, stimmt wegen der ... Mit dem kleinen Kopf. Ja, aber generell ... Das fünfte Element und so ein bisschen ... Also wie gesagt, dieses dystopische New York da drin ist skurril. Super Mario wird bald als Animationsfilm dann aber verfilmt. Was, glaube ich, besser funktioniert als das mit echten Menschen. Sagt ihr noch aus den 90ern Muppet Babies was, die Comicserie? Muppet Babies! Ganz entfernt. Ich kann mir gut darunter vorstellen, was es ist, aber ... Es ist halt einfach die Muppet-Show. Alles sind Babys und alle machen halt irgendwie irgendeinen Scheiß. Und das als Realfilm. Mit realen Muppets, oder? Ja, mit realen Muppet Babys. Ah. Baby Gonzo. Ja. Baby Kermit. Baby Miss Piggy. Du kannst einfach einen Frosch nehmen für Baby Kermit. Kleines Schweinchen. Schon musste ich. Da ist die Frage ... Da kannst du die Babe-Technologie benutzen. Ein Schweinchen namens Babe. Ach, siehste. Habe ich auch nicht gesehen, deswegen habe ich da ja nicht so ... Ja. Rennschwein Rudi Rössel war, glaube ich, die deutsche Antwort. Das war doch halt so ein krasser Boom, so. Und dann, glaube ich, hat nach einem Jahr dann Deutschland Rennschwein Rudi Rössel aufgenommen. Und dann haben sie gesagt, schweinebasierte Filme. Ja. Das ist es. Das ist es, was Geld macht. Es war kurz nachdem RTL, glaube ich, Willi Wuff begraben hat. Den haben sie auch komplett durchgepeitscht. Durch Willi Wuff macht Urlaub, Willi Wuff im Winter, Willi Wuff Weihnachten, Willi Wuff Sommer. Hat sie nicht das Klo runtergespült, nachdem er tot war? Ja. Wie man das mit Bernadinen macht. Häcksler, Klo, wer weiß. Thomas Gottschalk, die Realserie. Das kann ich mir auch animiert gut vorstellen, Thomas Gottschalk. Werner Beinhardt, eine deutsche Comic. Oh ja, das kann ich mir. Und zwar nicht hier wie der erste Teil, dass man quasi die Entstehung von Werner Beinhardt sieht. Sondern Werner Beinhardt. Brösel, genau. Sondern wirklich die Comicfiguren Werner und Co. alle umsetzt. Das wird. Joachim Krohl als, nee, Jürgen Vogel als Werner. Also Werner hat auf jeden Fall fette, dicke, weiße Zähne und nicht Lücken. Da müssten sie ihn dann irgendwie zumindest CGI-mäßig da so. Und er bräuchte eine riesige Nase. Und er bräuchte nur vier Haare. Vier oder drei Haare hatte er nur. Aber der Rest würde gehen, ja. Ja, doch, das, Werner, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist auch nicht so mega aufwendig. Auch was wir so dem deutschen Filmemachen entgegenkommen. Das sind lauter Autofahrten und Motorradfahrten. Ich meine, die Animation, wenn dann halt irgendwie das Bier mal aus einer größeren Höhe fällt oder so. Und dann, wenn dann halt geröpst wird und dann halt eine Gräte, einen Würfel und einen Fischkopf mit rausfällt oder so. Das kriegst du ja alles rein. Aber das wäre, glaube ich, ganz geil. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich habe gestern... Selbst ist das noch nicht. Aber wahrscheinlich verkaufen sich die Comics auch inzwischen so schlecht. Also auf jeden Fall brauchte er wohl Geld. Ich weiß nicht, was er damit gemacht hat, weil er hat ja dieses Werner Festival, was er halt 1989, glaube ich, auf die Beine gestellt hat. Und das war ja so ein Mörder... Das war ja so ein bisschen so ein kleines Woodstock in Norddeutschland damals. Und da war ich hier, als ich bei der Selbstschrauberwerkstatt war. Und da hat der Typ mir erzählt, dass er damals da war. Und der meinte, das war so ein Chaos. Es war dann halt nicht wie jetzt so, der Acker war ein bisschen dreckig, sondern die Leute sind echt ersoffen und ersunken. Und Moppets sind halt verloren gegangen in irgendwelchen Schlammgruben und so. Und haben halt wie Wacken mäßig halt tausende Vorgärten voll geschissen und so. Und das war halt so ein Mörderchaos, weil das halt bis dato noch nicht da war. Und jetzt haben sie es ja wiederholt. Natürlich krass, x-fach halt besser organisiert. Aber das brauchte er wohl. Also er hatte jetzt nicht nur das vor, einfach nur so ein Remake 30 Jahre später, sondern er hatte halt gerade Geldschwierigkeiten. Und dann muss er das halt nochmal machen. Weil sonst hat er immer ziemlich zurückgezogen gelebt, seine Moppets gebaut mit seinem Bruder Andi und die Bücher geschrieben. Was hältst du denn von He-Man? Ja, das hatten wir ja schon. Ja, aber das neu zu verfilmen. Weil ich meine Masters of the Universe ist ja wirklich super. Ich finde den Soundeffekt super geil. Ich finde die Figuren. Das klingt wie ein Synthesizer. Courtney Cox ist super in dem Film. Ja, da ist sie noch nicht operiert. Oder nicht so sehr, dass man es sieht. Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube da mit 16 oder wie alt sie war. Man at Arms, er hat einen guten Magnum-Schnurrbart. Aber das könntest du doch, wenn du das wirklich jetzt auch in der He-Man-Welt, in Eterne, Eternia. Eternia, ja. Eternia. Marc, es gibt nur das Gespräch, ob Terry Crews nicht He-Man spielen soll. Terry Crews? Aus Brooklyn Nine-Nine. Ach so. Du wirst das ein bisschen whiten dann, oder was? Das können sie einfach so lassen. Hauptsache, sie setzen im Original diese Perücke mit dem Pony auf. Der kehrt gerade seine Schreisocken rein. Ich möchte auch, wenn das in diesem Realfilm ist, dass es so ist wie damals, dass es in Eternia nur sechs Leute gibt. Wieso wie damals? In den Comics gibt es nicht nur sechs Leute. Doch. Das ganze Königreich ist ausgestorben. Uh, weißt du, was man dann machen könnte? She-Ra könnte man dann verfilmen. Ja. Die Schwester von... Da gibt es auch aktuell eine neue Zeichentrickserie von She-Ra. Echt? Ja. Die sich, ähm... Die sich jetzt die große Kritik einstecken musste, weil die Zeichentrickserie sich jetzt mehr an Mädchen wendet. Buh. Und deswegen die Figuren nicht so sexualisiert werden. Buh. Ja. Das war auch der Konsensus. Also hör mal, wenn ich da nicht mehr zu oranieren kann, dann gucke ich mir das auch nicht an als 45-jähriger Mann. Apropos, was ist denn mit Mila Superstar als Realfilmserie? Als Volleyball-Drama. Ja, so, so, äh, La Busch trifft, äh, lass jucken, Kumpel. Ich vermute, du willst sagen La Boom. Achso, La Boom, stimmt. Ich vermute, du willst sagen La Boom. Nee, ist immer so eine... Zweiter Teil hieß, äh, Die Fete. La Boom 2. Ja, Die Fete. Oder La Fette, oder? Back in the Habit. Ja, möglich. Äh, Sophie Marceau. Hm, hm, hm. Was heißt hier? Hm, hm, hm. Ja, nein, ich meine so alte Animes. Auch, äh, weißt du, Tsubasa von den Kickers. Hä? Das ist ja quasi das... Ich kenne Chewbacca. Nee, Tsubasa, das war ja schon der Fußballspieler. Quasi das Fußball-Äquivalent zu Mila Superstar. Kenn ich nicht. Echt? Das hast du nicht gesehen. Kenn ich nicht. Gleiche Anime... Nicht gesehen, sondern kenne ich. Habe ich hier nicht was von gehört. Gleiches Anime-Prinzip, nur dass sie nicht Volleyball spielen, sondern Fußball. Ja, wahrscheinlich aber Jahre später, oder nicht? Weiß ich nicht. Also, damals habe ich ja das gesehen, aber da gab es sowas nicht. Ähm, die Superkickers. Und auch halt genau wie bei Mila Superstar auch, denn eine Folge ist kurz vor dem Aufschlag und das ist nur ihr innerer Monolog, wie sie gleich den Aufschlag macht. Gibt es eigentlich in dieser Spider-Man-Verfilmungsreihe auch den Iceman, der die ganze Zeit auf seinen Eisding so surft? Weil da war mal die Frage bei mir, ob das so schnell schmilzt, dass das New York nicht in Chaos die ganze Zeit zerfällt, wenn Iceman halt einfach mal zum Bäcker surft. Weil der ist ja nicht wie alle anderen quasi in dem Moment, obwohl Spidey lässt ja auch permanent seine dummen Speider, Speider, vor allem seine Spinnen, sein Spinnennetz überall rumhängen. Die sind biodegradable, die lösen sich nach einer Stunde auf. Ja, nach einer Stunde. Aber wenn du unten auf der Straße irgendwie gerade mit deinem Auto reinfährst, weil er vorher irgendwie eine Frau gerettet hat. Und vollgeschlonzt wurdest. Ja. Apropos, bei Future Man holt der Typ sich, bevor die Superhelden aus seinem Computerspiel real werden, holt er sich gerade auf die eine Dame an runter und dann stehen die vor ihm, er mit runtergelassenen Hose und ist gerade kurz davor, weiß nicht, und schlonzt den Superhelden voll. Sorry! Und dann regt er sich die ganze Zeit auf, aber weil sie sagt von wegen, wir haben eine Mission zu erfüllen, soll er sich mal zusammenreißen. Ich bin voller Kamm. So viel war es nicht. Es war enorm viel. Du hast gar keine Relation. So viel Kamm auf der Hose. Und so ein Gespräch findet dann gerade statt. Wie war ein Geist, hier ist überall Ektoplasma. Toll! Hält mir was auf. Also generell von Anime, das kennst du auch nicht, aber das solltest du dir wirklich mal ansehen. One Punch Man. Ja, hast du erzählt. Weil das auch auf Netflix ist. Das kann ich mir auch, weil es auch, es gibt zwar diese Action-Sequenzen, aber in der Regel ist es halt nur so eine lethargische Serie über jemanden, der nichts mit sich anzufangen weiß. Also es bietet sich eigentlich an, das Real zu verfilmen, weil der Typ einfach nur auf dem Sofa rumhängt und sich auf den nächsten Ausverkauf im Supermarkt freut. Im lokalen Supermarkt, weil er seinen Kieze nicht verlässt. Also wirklich was, was du perfekt real umsetzen könntest mit so einem depressiven, kahlköpfigen Held. Ich glaube, in der zweiten Staffel bekommt er auch endlich einen Superhelden-Namen. Das ist in der ersten Staffel, ist er da irgendwie so reingerutscht in diese Superhelden-Lizenzierungsagentur. Hat aber noch keinen Namen, weil keiner ihn als den stärksten Helden der Welt ernst nimmt, weil er auch im theoretischen Test durchgefallen ist, weil er keinen Bock hat, sich damit zu beschäftigen. Ist er nicht nur stark, sondern auch unverletzbar, oder ist er nur stark? Er ist auch unverletzbar. Und er kann manchmal fliegen. Ist das nicht wie dieser komische schwarze Superheld, der auch auf Netflix die Serie hat, der so super stark ist? Ja, aber da gibt es wahrscheinlich tausend Superhelden. Ich weiß nicht, da gab es erst diesen Mädel, was ich nicht mochte, habe ich nicht gesehen, die hatte immer diesen Freund, der hat so Glatze und hatte so einen schwarzen Goatee. Ach, Luke Cage meinst du? Ja, er war doch auch einfach nur stark, ne, und unverletzbar, oder? Ne, er ist gar nicht so stark. Seine Haut ist undurchdringbar. Also, undurchdringbar bedeutet ja nicht, dass er nicht flexibel ist. Das heißt, man kann ihn in den Armen und Beine brechen, bloß man kann nicht durch die Haut durch. Also, kann er erstickt werden? Ja, genau. Ja, er kann erstickt werden, er kann ertränkt werden. Aber er ist ja gar nicht stark. Was hat er denn da? Nein, er ist nicht stark. Er ist halt so stark wie jemand, der zwei Meter groß und zwei Meter breit ist, stark ist. Okay. Aber er ist nicht, also da seine Haut nicht verletzbar ist, sobald jemand ihn schlägt, bricht er sich halt die Hand. Das heißt, die Haut ist auch nicht, also, man kann sie auch nicht eindrücken, weil sonst könnte man, wenn man schlägt, ja auch Hämatomen verursachen. Es ist, als ob du gegen einen Stahlträger schlägst. Okay. Okay, dann kann er auch nicht überfahren werden oder irgendwas. Genau. Und er kann auch nirgendwo runtergeschmissen werden. Ja, das Problem ist, es gibt eine Folge, in der Jessica Jones ihn schlägt. Ja. Und es zu Hirnblutungen kommt. Bei ihm? Ja, weil sie ist halt super stark. Okay, also, hat das bei ihm doch eine Grenze irgendwo. Ja, genau. Also, wenn er gegen andere Superhelden kämpft, dann ist er schon in Gefahr. Mhm. Und weil sie halt wirklich extrem stark ist, sorgt sie halt für Hirnblutungen und die müssen sie irgendwie lösen, kommen momentan nicht mit einer Nadel durch seine Haut. Das heißt, er ist tot. Nee, sie gehen durch die Augen rein. Das ist eine sehr unschöne Szene, ja. Können nicht wie die Ägypter durch die Nase reingehen? Ja, das wäre, glaube ich, auch eine Möglichkeit. Ja, aber er hat definitiv Schwächen. Und das fällt halt darunter. Was ist denn noch so? Also, es gibt Iron Fist, ist jemand, der kann ja auch so einen super harten Schlag machen. Der hat ihn auch einmal fast K.O. geschlagen. Es sorgt aber dann einfach für eine Schockwelle, wenn er auf ihn schlägt. Wie gesagt, weil es halt, es ist, ob du gegen Stahl schlägst. Wie kamen wir jetzt darauf? Mit starken Superhelden. Ah ja, One Punch Man. Ja, nein, One Punch Man ist unbesiegbar und der stärkste Superheld. Und nichts ist für ihn eine Herausforderung. Der besiegt jeden Gegner mit einem Schlag. Ja, vielleicht wäre ein schönes Leben eine Herausforderung oder sowas. Das habe ich gestern ... Einen Betrunkenen an der Bushaltestelle erzählt. Ja, das Lindsay Ellis, so eine Filmanalystin, hat jetzt den zweiten Teil von ihrer Analyse der letzten Staffel von Game of Thrones veröffentlicht. Und da gibt es so ein Bild, wo Cersei mit so einem Glas Wein drauf ist, wo nur darauf steht, Living well is the best revenge. So ein, ja, kann ich auch noch empfehlen, die Lindsay Ellis-Videos zu Game of Thrones. Das zweite hat den passenden Titel Dragon Lady Bad. Hm. Ja. Hast du schon was gehört von Dreharbeiten? Jetzt für ... Nee. Blood Moon. Arbeitstitel Blood Moon. Hm. Aber heute nicht irgendwer, dass es Long Night heißt? Ja, der Autor, was Sinn ergeben würde, weil ... Es ist alles auf diese erste Long Night hinaus. Das Ereignis heißt Long Night, ja. Wie viele Folgen oder Staffeln soll es geben? Es wird erst mal nur der Pilot gedreht, aber ich würde jetzt mal bei der Serie davon ausgehen, dass die in Serie geht. Also es wäre, ich fände es ein bisschen enigmatisch, wenn sie nach dem Pilot sagen, es ist gecancelt. Ja, zumal halt auch einfach so ein Weltpublikum danach schreit. Naja, es ist halt einfach eine Lizenz zum Gelddrucken. Aber dann ist halt die Gefahr, dass man dann ab Staffel drei oder vier denkt, es wird nicht zu Ende gehen. Das wird sich halt wie reich und schön halt tot peitschen. Nee, aber HBO ist halt auch kein Sender, der die Sachen überstrapaziert. Okay. Also HBO sagt dann auch immer, es ist irgendwann halt Schluss. Dann könnten sie ja dann noch mal einen Sprung machen zu ... Was war das, 300, 200 Jahre vor Game of Thrones? Ja, die haben mehrere Prequels in Auftrag gegeben. Ach so. Oder Prequels und Sequels in Auftrag gegeben für die Entwicklung. Also für die Stoffentwicklung. Aber die dürfen ja nicht parallel verschiedene Serien ... Also ich meine, das würde ja das Volk ein bisschen streuen. So, dann hast du ja bestimmt Leute, die die Pro und ... Ja, also ich meine, es ist allein aus Gründen der unternehmerischen Philosophie, es ist natürlich sinnvoll zu sagen, weil HBO ist ja ein Abo-Service. Und wenn du halt Leute hast, die eigentlich nur wegen Game of Thrones und der Serien das abonniert haben, wenn du halt dein ganzes Pulver innerhalb von zehn Jahren verschießt, ist halt alles weg. Und wenn du es halt schön über die Jahre streust, dann bleiben die halt länger mit dem Abo. Was hältst du denn von Benjamin Blümchen als real? Das kommt ja gerade als Film rein. Das ist ein Realfilm mit einem animierten Elefanten. Echt jetzt? Ja. Oh, scheiße, ey. Das Problem ist echt, was zu finden, was so nischig ist, was es nicht gab. Ja, voll. Saber Rider zum Beispiel. Saber Rider. Oder Voltron. Gibt es zumindest noch keine Realserie von, obwohl es da bald einen Realfilm geben soll. Die klassische, das klassische Serienprinzip. Wie heißt denn das Genre? Sensetsu, glaube ich. Super Sensetsu. Mehrere junge Superhelden steuern Roboter, die zu einem großen Roboter zusammenkommen. Das klingt ein bisschen nach... Oder Super Senjins, glaube ich. Super Senjins. Nach... Ja, Power Rangers ist auch so ein Beispiel dafür. Genau. Also das hat halt ein Genre. Ich habe letztens diesen Godzilla mit Cranston gesehen. Ja. Mit Matteo... Matteo? Diesen Mothman. Dieses Mottenwesen. Mothra. Nee, da heißt es... Ach, Mewtwo. Es ist nicht Mothra. Nein, es ist nicht Mothra. Mothra kommt im zweiten Teil vor. Okay. Dann ist es Mewtwo. Ja. Ein Mewtos, ja. Ja. Und Godzilla. Ja. Also der Part mit Bryan Cranston ist halt super und der andere Part ist halt gut aufgearbeiteter Trash. Ja. Der zweite Teil ist besser. Okay. Weil der zweite Teil ist durchgehend unterhaltsamer Trash. Okay. Da haben sie sich halt davon verabschiedet... Also das ist halt ein anderes Genre. Aber da haben sie sich halt davon verabschiedet, es möglichst realistisch und dramatisch zu machen, sondern sind halt voll darauf gegangen, nein, nein, wir wollen das große Monster gegeneinander kämpfen. Naja, weil das ist auch das Original und das Prinzip. Ja, genau. Und das geht dann von der ersten Minute an so. Nein, nein, Godzilla gegen King Ghidorah, das dreiköpfige Monster aus dem All. Also ich meine, das ist dann halt, ja, dann geht es halt sofort los. So ein bisschen wie der Kong Skull Island. Habe ich den gesehen? Wahrscheinlich nicht, aber der ist auch auf Netflix. Doch, da hast du den gesehen. Und der ist halt anders als der King Kong von... Der mit Samuel L. Jackson. Ja. Anders als der King Kong von Herr der Ringe, Regisseur, dessen Namen mir gar nicht einfällt. Der Neuseeländer, der hat so einen fünfstündigen King Kong-Film gemacht hat, der quasi der Original... Echt, irgendwie dreieinhalb Stunden oder so. Der quasi der Original-King Kong ist, ist Kong Skull Island. Zack, Action. Also ohne großes Rumgetur. Die planen halt kurz, ja, wir gehen nach Skull Island und dann fliegen sie da hin und dann sehen sie King Kong und dann geht es los. Nice. Ja, so willst du es doch sehen. Zack, Riesenhafe. So. Ja, mehr, mehr musst du nicht wissen. Aber was ist denn Captain Planet zum Beispiel? Oh. Wurde noch nicht verfilmt. Und das muss doch leicht sein. Ja. Und aktuell. Ja. Also ich meine, das ist ja... Richtig. Also nirgendwo... Es gibt ja keine Debatte, die gerade so aktuell ist wie die Umweltdebatte. Ja. Und wenn du da halt fünf Planeteers hast mit ihren Elementen. Oh, wenn ich da auch immer sehe, wie die Buff-Dudes halt einfach mal irgendwo hinfahren alleine mit ihrem Pickup-Truck und dann halt sonst was, was dann rausscheißen und dann halt zu Hause in ihren großen Wegwerf-Aluschüsseln halt alles zubereiten. Und du denkst, oh, da müsste jemanden hingehen, die ganze Zeit den nur ins Gesicht schlagen. Also da hilft noch keine Gespräche mehr. Ich meine, okay, die sind halt auch ein paar Affen. Also da braucht nur irgendwer irgendwie in der Anmoderation irgendwas von Fleck sagen, dass der andere sofort im Hintergrund... Das ist wie so ein No-Man, bloß halt einfach gelebt. Und dann denkst du, oh, okay, Freunde. Der einzig Coole von denen ist immer noch der Vater. Der ist halt irgendwie... Der Buff-Dad. Ja, der kann halt alles bauen. Der kann halt irgendwie die komplette Fitness-Hölle da zusammenschrauben. Der macht halt allen Scheiß mit, mit seinen Jungs. Aber trotzdem merkst du, dass die zu Hause beim Vater als auch bei den Söhnen leben die halt einfach so in Amerika der 50er, 60er. Also da ist die Frau ganz klar positioniert. Auf dem Land, glaube ich. Aber das ist halt so schlimm, ey. Ja gut, das haben wir ja hier auch noch. Also haben wir auch genug Beispiele hier. Aber es ist trotzdem gruselig. Schön übrigens in Hannover tritt ein ehemaliger Bundeswehrgeneral für die Oberbürgermeisterschaft an, für die AfD. War wohl schon länger AfD-Mitglied, hat es aber geheim halten wollen. Ein anderer General hat ihm auf einem Brief geschrieben, so, ja, der einzige Grund... Also der hat wohl gesagt Kujan oder so heißt der. Ich glaube, der war auch mal Generalinspektor und der meinte wohl, er hat sich vor politischen Repressalien gefürchtet. Und der andere General meinte, so die einzigen Repressalien, die er als General befürchten muss, ist, dass ihm der große Zapfenstreich mit der Ministerin flöten geht. Naja. So viel dazu. Also okay, Captain Planet ist es. Ja, jetzt die Frage nur... Wen besetzen wir? Ja, ganz klar. Fünf Minuten. Mr. Kilmer. Val Kilmer. Sehr verständlich. Als? Ja, Captain Planet. Okay, Captain Val Kilmer als Captain Planet, ja. Also wenn ich ihn... Er ist ja nicht groß gealtert seit The Saint. Und... Wir können ihn blau ansprühen, ja. Und wenn ich da an seinen geraden, rechteckigen Putz denke, das kriegst du da halt total gut rein. Okay. So, der brasilianische Junge mit der Liebe. Der Lunge. Das Kind aus Stranger Things. Ja, genau. Übrigens, kleine Nebenrolle bei Future Man ist ein sehr dicker, aufgequollener Professor mit Vollbart und das ist der zarte Junge aus The Sixth Sense. Ja, der spielt auch bei The Boys mit. Alter Finne, ey. Und das krass ist, der hat immer noch die Augenpartie von, also der sieht halt aus wie ein Kind im Fettsuit. Wo du denkst, na was habt ihr mit dem Kind gemacht? Weil er sieht halt immer noch so aus. Der ist bei The Boys, spielt in den ehemaligen Kinderstar. Also einen Superhelden, der Gedanken lesen kann, wenn er dich anfasst. Und der hatte halt so eine Serie, in der er Polizeiinspektor war in den frühen 90ern. Aber was ist, aber generell was mit dem Schauspiel... Weiß ich nicht. Amerika halt, ne? So, Leute haben halt passiert. Okay. So, wen haben wir noch? Der, was ist der Kenianer? Der Afrikaner, der Erde hat. Achso, wer das ist? Ja, ja. Idris Elda. Bisschen, okay, gut. Ja, haben keine Zeiten mehr. Ein bisschen alt, würde ich sagen. Was? Ich hätte eher so Michael B. Jordan gesagt, aber gut. Idris Elda. Das ist ja alles CGI-mäßig, kannst du dir in irgendeinem Filter draufklatschen. Ja, wir verjüngen ihn. Siehe Will Smith in seinem neuesten Ich spiel mich jung und alt. Der rothaarige Amerikaner mit Feuer. Wheeler. Der einzige, dessen Name ich kenne von den Planetiers. Äh, Conan O'Brien. Er hat schon ein Superheldenkostüm. Ja, ja. Super, kann sein eigenes Kostüm. Nicht, die Planetiers haben eigentlich keins, aber er hat eins. Okay. Ähm, so, die blonde Russin, die, äh, wahrscheinlich hast du die Svetlana, die, äh, was, Wind? Ja, bestimmt. Ja. So, wir haben da. Ich hätte jetzt, oder Wasser, wegen, äh, Wodka? Hat Wasser nicht die Asiatin? Ah, das kann sein. Wegen Tsunami, stimmt. Ja. Ähm, ich würde sagen, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, aber die blonde, ist das auch Hauptdarstellerin oder Koop-Darstellerin aus, äh, Glow? Habe ich nicht gesehen. Okay, schade. Ja, sagen wir ja. Das geht, ich, ja, ich, ja, ich röschlein, ja. Moment. Siri. Mach die Hose zu. Ja. Siri. Mach die Hose zu. Siri. Mach die Hose zu. Ne, 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 ne. Äh, wir gucken mal ganz kurz Glow. Es ist jetzt gerade die dritte Staffel raus, ich habe sie noch nicht gesehen. Ähm, Betty Gilpin, oh Gott. Naja. Betty Guildpick? Gilpin. So. Betty Guildpick wäre nicht, aber wäre ziemlich geil. Ja, ein bisschen alt, aber gut. Ja, ist sehr egal. Passt zum Rest der Cast, wir wollen hier kein Age-Shaming machen. So, da haben wir noch die Asiatin, die, äh, Wasser hat. So, bleiben wir bei der gleichen Altersbracket, Michelle Yeoh. Das ist wer? Die war Bond Girl in Tomorrow Never Dies, äh, hat auch bei, ähm, Crouching Tiger Hidden Dragon mitgespielt. Tomorrow Never Dies war, war mit dem... Der Morgen stirbt nie, mit dem Zeitungsverleger. Ja, 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 der war richtig schlecht. Also der Bösewicht. Also jedenfalls die deutsche Synchro, die, glaube ich, von, äh, SpongeBob-Synchronisator gesprochen wurde. Jedenfalls ist meine Erinnerung so eine krechzende Stimme. Ja, ja. So, wen haben wir noch? Captain Planet haben wir schon besetzt. Wer spielt den Schurken? Ja, Trump. Trump. Ich wollte es nicht sagen, aber ja, gut, Donald Trump spielt sich selbst als Schurken. Und wenn wir Donald Trump nicht bekommen, nehmen wir einfach Alec Baldwin in seiner Saturday Night Live. Ganz ziemlich gut. Wenn er clean ist. Ja, gut. Dann hätten wir diesen Fall gelöst. Dirk und Klaus. Das war's. Aus die Maus. Fönnisse mit Dirk und Klaus auf YouTube und Podcast-Apps, oder? Fönnisse at gmail.com Oder at Fönnisse-Pod auf TikTok.